Hallo miteinander und willkommen bei Weitwinkel. Einerseits ist es cool, dass ihr eingeschaltet habt und andererseits ist es cool, dass wir das überhaupt machen können, euch unsere Beiträge zu zeigen und unsere Meinung zu sagen. Das sicherte Deutschland unter anderem die Pressefreiheit. Pressefreiheit ist auch unser Thema. Damit ihr euch einen Begriff machen könnt, was wir damit genau meinen, kommt zunächst eine Animation, die wie immer den Begriff erklärt. Bei Axel läuft es gerade gar nicht gut. Seit er in einem kontroversen Zeitungsartikel die Schließung des örtlichen Streichelzoos gefordert hat, ist er immer wieder Anfeindungen auf der Straße ausgesetzt. Damit man ihn in Ruhe lässt, beruft er sich immer wieder auf die Pressefreiheit. Zur Presse zählen neben Zeitungen auch das Fernsehen, Radio und Nachrichtenportale im Internet. Aufgabe der Presse ist die Beschaffung und Verbreitung von Informationen. Dies ist wichtig, um die Meinungsbildung des Einzelnen und der Bevölkerung zu ermöglichen. Damit die Berichterstattung auch wirklich frei und unabhängig funktioniert, gibt es die sogenannte Pressefreiheit. In Deutschland ist diese durch das Grundgesetz definiert. Zitat, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film wird gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Zensur bedeutet, dass Presseberichte auf unerlaubte Inhalte hin überprüft werden. In vielen Ländern gibt es extra eine staatliche Zensurbehörde, die unliebsame Berichte streicht und somit die Veröffentlichung kritischer Inhalte verhindert. Durch den Artikel der Pressefreiheit ist jedoch die Informationsfreiheit gewährleistet, die es Journalisten ermöglicht, Einsicht in Dokumente und Akten der öffentlichen Verwaltung zu nehmen und somit für Transparenz zu sorgen. Viele Journalisten, die über Unrecht, Machtmissbrauch und Korruption berichten, laufen Gefahr, für kritische Berichte inhaftiert oder verfolgt zu werden. Freie unabhängige Berichterstattung ohne Zensur ist die Basis einer demokratischen Gesellschaft, die Meinungsvielfalt zulässt und somit zum friedlichen Ausgleich von Interessen und Meinungen beitragen soll. Manche sehen in der Presse sogar die vierte Gewalt im System der Gewaltenteilung. Demnach gibt es neben der gesetzgebenden Gewalt, der richterlichen Gewalt und der vollziehenden Gewalt noch die publikative Gewalt im Staat. Da die Pressefreiheit in vielen Ländern nicht anerkannt ist, gibt es Organisationen, die sich für inhaftierte und verfolgte Journalisten einsetzen und für weltweite Pressefreiheit eintreten. Allerdings sind auf der Pressefreiheit bestimmte Grenzen gesetzt, die im Presserecht geregelt werden. So dürfen das Jugendschutzgesetz sowie allgemeine Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. Unwahrheiten sowie Beleidigungen oder Hetze gegen bestimmte Volksgruppen werden auch durch Pressefreiheit nicht gerechtfertigt. Axel jedenfalls ist froh, dass er keine Angst haben muss, wegen seiner Artikel eingesperrt zu werden. Trotzdem traut er sich gerade nicht aus seinem Büro heraus. Zu viele aufgebrachte streichelt so Besucher. In Deutschland ist es also das Grundgesetz, das die Pressefreiheit garantiert. Sozusagen ein Versprechen vom Staat an die Gesellschaft. Kein Wunder, dass der Bevölkerung diese Garantie so wichtig ist. Diesen Eindruck hatten wir auch, als wir uns in den Straßen Münsters umgehört haben. Hier jetzt unsere Umfrage zum Thema Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, das kann ich jederzeit machen. Und andere auch. Das weiß man ja. Das hört man ja. Im Generellen würde ich sagen, dass ich meine Meinung bisher ohne Probleme generell äußern konnte. Es kommt darauf an, wo man es frei äußert. Also wenn man jetzt privat drüber spricht, kann man das schon. Öffentlich, in sozialen Medien, glaube ich, ist das schon ein bisschen schwieriger geworden. Eine einzelne Person kann eine Sache schwierig beurteilen, kritisieren oder darüber sich äußern. Da ist die Presse doch wesentlich besser aufgestellt, weil sie eine größere Veröffentlichungsmöglichkeiten hat, als eine einzelne Person. Ganz klar. Grundsätzlich ist es aber auch wichtig, wirklich die Freiheit von allen. Also die Pressefreiheit und die Freiheit, dass jeder sich selber ausdrücken kann und das darbieten kann, was er will. Damit Journalisten genau sagen können, was passiert. Auch politisch unliebsame Themen ansprechen zu können. Ich finde es wichtig zu diskutieren, gerade weil es in vielen Ländern ja auch keine Pressefreiheit gibt. Und da viele Leute einfach vor einem Journalisten halt unterdrückt werden und überhaupt nicht offiziell sagen können, wie es in den Ländern zurzeit geht. Dass die Pressefreiheit immer wieder beäucht wird und vor allem bei Verstößen oder bei Unterbutterung von irgendwelchen, egal wer, sollte man doch sehr, sehr hellhörig werden und dann auch direkt dagegen angehen. Um Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Ich meine, das Schwierige ist ja wirklich, die Lügenpresse von der normalen Presse zu unterscheiden erstmal. Man muss halt wirklich die Hintergrundinfos bekommen, man muss wissen, wer da dran sitzt, wer da die Hebel drückt und bestenfalls darauf achten, dass sowas nicht wieder vorkommt. Lügenpresse, also der Begriff an sich ist ja relativ negativ besetzt. Deshalb würde ich ihn generell nicht verwenden. Ich bin aber nicht der Meinung, dass gerade öffentlich-rechtliche Medien oder die Medien, die am schnellsten zugänglich sind, immer, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie lügen, ich würde ihnen das nicht unbedingt unterstellen wollen. Ich bin mir aber absolut dessen bewusst, dass Informationen bewusst zurückgehalten oder geändert werden in kleinen Details. Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, wie es in Deutschland um die Pressefreiheit steht. In der Umfrage kam aber zum Vorschein, dass es in anderen Ländern offensichtlich anders aussieht. Wir haben ein Interview mit dem Kommunikationswissenschaftler Armin Scholl von der Uni Münster geführt und von ihm erfahren, dass Pressefreiheit auch in Demokratien keine Selbstverständlichkeit ist. Hallo, mein Name ist Sophia und ich befinde mich hier vor dem Institut für Kommunikationswissenschaften am Bispinghof. Der Herr Scholl hat sich für ein Interview bereit erklärt. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Armin Scholl. Ich bin Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und beschäftige mich hauptsächlich mit Journalismus oder Journalismusforschung, aber auch mit alternativen Medien. Also heute geht es ja um das Thema eingeschränkte Pressefreiheit. Und aufgrund der aktuellen Lage in der Türkei, da stellt sich mir nun mal die Frage, weshalb sind Journalisten heutzutage eigentlich gefährdet oder in Gefahr und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Journalisten sind ja oder haben die Aufgabe in erster Linie kritisch auch zu berichten. Und das ist immer dann, wenn eine Regierung, ein Regime in seiner Macht gefährdet ist, für das Regime natürlich besonders unwillkommen. Und dementsprechend sind meistens die ersten, die eingeschränkt werden oder der Freiheit beraubt werden, Journalisten. Jetzt ist es ja so, dass selbst in Demokratien ist es ja so, dass es zu eingeschränkter Pressefreiheit kommt, dass Journalisten bedroht werden oder ja nicht frei berichten können. Wie sieht da die Gesetzeslage aus? Dürfen Journalisten überhaupt einfach so inhaftiert werden? Nein, also da muss es ganz strenge Gründe dafür geben. Normalerweise ist die Pressefreiheit in Demokratien ein sehr hohes Gut. Und das wird nur beschränkt durch die allgemeinen Gesetze. Ansonsten aber ist es in der Demokratie nicht möglich, Journalisten einzusperren. Ganz im Gegenteil, Journalisten haben sogar Privilegien. Sie dürfen sogar mehr als wir Normalbürger oft eben, um ihre Aufgabe in einer Demokratie zu erfüllen. Und wie kommt es dann jetzt dazu, dass eben in Demokratien Journalisten bedroht werden oder eben angegriffen werden? Also wenn Demokratien funktionieren, dürfen sie jedenfalls nicht von Regierungen bedroht werden. Sie können aber bedroht werden von politischen Gruppierungen zum Beispiel. Also in der Bundesrepublik kann man etwa sagen, dass bestimmte Rechtegruppierungen, wie zum Beispiel Pegida oder auch die AfD, denen die Berichterstattung nicht willkommen ist, dass die dann auch dazu neigen, Journalisten zu bedrohen, zumindest ihre Wut gegenüber der Berichterstattung zum Ausdruck zu bringen. Gut, Sie sagten ja gerade schon, Pressefreiheit ist ja ein zentraler Bestandteil der Demokratie. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt, wenn in einem Land die Pressefreiheit eingeschränkt ist? Oder wenn die Medien von der Regierung zum Beispiel gelenkt werden? Ja, man kann es so krass sagen, dass damit die Demokratie auch gefährdet ist. Also sie ist ja die Pressefreiheit ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie. Das ist also eine Gefährdung. Sie haben jetzt eben das Beispiel der Türkei genannt, aber Sie sehen es auch weiter näher zu uns, nämlich zum Beispiel in Ungarn, wo die Gesetze eingeschränkt werden oder die Freiheiten der Journalisten. Und das geht immer einher mit auch der Einschränkung von anderen Freiheiten. Es sind ja nie nur die Journalisten betroffen und dementsprechend ist die Einschränkung von Pressefreiheit immer ein gutes Indiz dafür, dass auch mit der Demokratie in dem betreffenden Land etwas nicht stimmt. Würden Sie auch sagen, dass das manipulativ wirken kann auf die Bürger in Bezug zum Beispiel auf politische Wahlen oder so? Ja, das wirkt dann manipulativ, wenn andere Medien, also diejenigen, die nicht journalistisch hergestellt sind, wir sprechen oft von propagandistischen Medien oder von jedenfalls einseitigen Medien, wenn die das Meinungsklima bestimmen. Also wenn es dann so aussieht, als wäre das die eigentliche Berichterstattung. Und dann ist natürlich Manipulation Tor und Tür geöffnet. Welche Länder sind denn außer der Türkei noch betroffen? Also zunächst mal sind alle autoritären Regimes natürlich von betroffen. Wir sprechen immer am liebsten von dem Beispiel Nordkorea, wo es gar keine Pressefreiheit gibt. Ansonsten ist in Demokratien auch die Gefährdung da, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Also denken Sie daran zum Beispiel, dass in den USA Trump versucht, seine Politik an den Medien vorbeizumachen. Also etwa über Twitter nur noch kommuniziert und den Journalisten kaum noch Möglichkeiten gibt, ihm überhaupt Fragen zu stellen. Das heißt also, wir müssen uns auch in Demokratien nicht ausruhen, denn Pressefreiheit muss ständig erkämpft werden. Und dementsprechend ist sie nie garantiert, sondern ist je nachdem, in welcher Situation wir jeweils sind, immer auch ein zu erkämpfendes Gut. Was kann die Gesellschaft denn dagegen tun oder vielleicht sogar ein einzelner Bürger? Also Demonstrationen sichtbar machen von Einschränkungen sind immer wichtig. Sie haben ja eben die Türkei angesprochen, dieses Free Dennis zum Beispiel. Da ging es um Deniz Yücel. Die Solidarität hat letzten Endes mit dazu beigetragen, dass die Türkei hier nachgeben musste. Ich glaube zwar nicht, dass das der einzige Grund war, dass er freigekommen ist, aber die Öffentlichmachung von Einschränkungen der Pressefreiheit ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als normaler Bürger tun kann. Oder in Gruppen, in Demonstrationen und so weiter, in Petitionen, um einfach dieses Problem selber wiederum öffentlich zu machen. Ja, gut zu wissen, dass wir als normale Bürger auch etwas bewegen können. Gut, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis zum nächsten Mal. Bei aller Pressefreiheit und dem Recht auf freie Meinungsäußerung, bei bewusster Falschinformation hört für viele der Spaß auf. Gerade in den letzten Jahren hat der Begriff Fake News immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die amerikanische Regierung rund um Donald Trump nutzt diesen Begriff immer wieder, um negative Nachrichten zu entkräften. Oftmals mit Erfolg. Unser Redakteur Timo hat sich diesen Begriff mal genauer angesehen und ist bei seinen Recherchen zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen. Ich für meinen Teil hole mir meine Informationen aus dem Netz. Und beim Surfen stößt man ja immer mal wieder auf Webseiten, die nicht ganz so seriös sind, wie zum Beispiel die hier. Also habe ich mich mal mit der Webseite auseinandergesetzt und habe dabei festgestellt, dass sie Fake News verbreiten. Ich bin ehrlich, ich habe bis vor zwei Jahren das Wort Fake News noch nie gehört. Und ich hätte auch nie gedacht, dass gezielt gestreute Falschmeldungen auf Nachrichtenportalen ein Ding ist. Deswegen habe ich mich mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass es doch sehr weitreichend ist. Deswegen habe ich einen Termin mit Bernd Blöbaum vereinbart. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaften hier an der Uni Münster und ich hoffe, er kann mir ein bisschen bei dem Thema helfen. Und auf dem Weg dorthin erkläre ich euch, woher die modernen Fake News eigentlich kommen und was hat eigentlich Trump damit zu tun. Ich habe ja bis vor kurzem noch mal gedacht, Fake News, das ist doch eine Erfindung von misstrauischen Bürgern. Die Phrase wurde dann dankend von Trump angenommen und zu einer Art Schlachtruf Trumps gemacht. Daraus fing alles ganz anders an. Sogar ziemlich unerwartet. Alles begann weit vor den US-amerikanischen Wahlen in Villes, einer Kleinstadt in Mazedonien. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort haben keine wirkliche Zukunftsperspektive und es herrscht eine hohe Arbeitslosenquote. Doch dann entdeckten sie, wie man mit Internetseiten, auf denen Fake News verbreitet werden, eine nicht unerhebliche Summe Geld machen kann. Das gibt zwar für einen Klick nur einen Cent, aber bei einer halben Million Klicks summiert sich das Ganze schon. Zudem bezahlt Google AdSense auch noch Geld für die Werbung auf den Seiten, zu denen man verlinkt wird. 2016 merkten sie, dass der Machtkampf in den USA in die meisten und profitabelsten Möglichkeiten bot. Schließlich lasen nicht nur Mazedonier die Artikel über Trump, sondern eben auch Spanier, Deutsche, Holländer, Amerikaner. Man kann sagen, die ganze Welt wollte auf dem Laufenden bleiben. Und so stellten sie die ersten Fake News-Artikel über Trump und Hillary Clinton zusammen. Dabei ist zu beachten, dass sie die Artikel meist nicht selbst schrieben. Sie tippten einfach nur Facebook-Posts ab oder nahmen bereits vorhandene Fake News-Artikel und veröffentlichten diesen auf ihren angebieteten Domains. Meist mit amerikanisch klingenden Namen wie EagleRising.com. Die Erfindungen über Clinton brachten noch mal mehr Klicks ein als die über Trump. Und so entstand eine Pro-Trump-Anhängerschaft, in der es gar nicht um Politik ging, sondern nur um die Klicks und das Geld, das sie damit verdienten. Auf das Ganze wurde übrigens Ende des Jahres 2016 ein Buzzfeed-Reporter aufmerksam. Daher mit Hilfe von Standortermittlung und Online-Recherche die Domains der Internetseiten enttarte und die Spur nach und nach in die Kleinstadt Veles zurückverfolgte. Trump benutzte dann den Ausdruck Fake News in einem Tweet, in dem er sich über eine der Falschmeldungen aufregte. CNN behauptete, er würde trotz seiner Präsidentschaft auch weiterhin an seiner Fernsehsendung The Apprentice arbeiten. In dem Tweet legte er dar, dass es sich um eine Falschmeldung, eben um Fake News, handelte. Dann kam der Übergang zum Social-Media-Phänomen. Immer mehr Fake News wurden in TV und Magazinen geteilt und das führte zu Aufmerksamkeit. Auch von Trump. Trump machte sich dann die gegebene Phrase zu eigen und benutzte sie fortan mehr oder weniger sinnvoll. Nach aktuellem Stand hat Trump das Wort Fake News etwa 174 Mal verwendet und das nur auf Twitter. Und so kommen wir an den Punkt, an dem wir heute stehen. Neben Trump benutzen auch viele seiner Anhänger diese Phrase. Zum Beispiel Paul Gosar. Dieser flüchtete vor einer CNN-Reporterin, die ihn mit unvorteilhaften Fakten konfrontierte, indem er das Wort Fake News rief und davonlief. Am Ende können wir sagen, Trump hat das Wort Fake News zwar nicht erfunden, ist aber so sehr geprägt, dass wir wohl dauerhaft seinen Namen damit in Verbindung bringen werden. Ja, ich sitze hier jetzt mit Prof. Dr. Bernd Blöbaum. Er ist Kommunikationswissenschaftler hier an der Uni Münster. Wie sehr kann man der Presse mittlerweile noch vertrauen? Also die Untersuchungen, die wir unter anderem auch hier in Münster gemacht haben, liefern eigentlich kein desolates Bild, was das Vertrauen in die Medien angeht, sondern wir erkennen bei Befragungen, die wir bei Medienskeptikern machen, dass es an den politischen Rändern doch sehr kleine, aber vehement sich artikulierende Gruppen gibt, die den Medien nicht mehr vertrauen, die den Medien sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind. Aber es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die nach wie vor ein sehr hohes Vertrauen in die Medien hat. Und wenn man das über die Zeit sich anschaut, über die letzten 10, 15 Jahre, dann hat sich diese Haltung gegenüber den Medien, die Glaubwürdigkeit der Medien, auch nicht geändert in den Augen der Leute. Also würden Sie sagen, dass es schon immer so eine kleine Gruppe gab, die den Medien nicht vertraut haben? Oder ist das in den letzten Jahren erstmal stärker geworden, dass die erst ein lauteres Organ bekommen haben und sich gemeldet haben? Letzteres ist sicherlich richtig. Wir haben heute eine sehr viel stärkere Artikulation. Auch durch die sozialen Medien über das Internet können sich Leute, die den Medien kritisch gegenüber eingestellt sind, besser zusammenschließen. Sie finden bessere Resonanzräume und dann wirkt es so, als sei das Medienvertrauen jetzt heute geringer, als das vorher war. Wenn wir aber uns das zeithistorisch anschauen, dann hat es immer Menschen gegeben, die den Medien skeptisch gegenüber eingestellt waren. Das begleitet die Medien in ihrer historischen Entwicklung ständig. Also wir haben immer es mit medienkritischen Personen zu tun gehabt, die zum Teil ja auch gute Argumente haben. Es gibt ja an Medien auch etwas zu kritisieren. Viele Leute, vor allem die, die den Medien auch nicht mehr vertrauen, die schaffen sich ihre Informationen anderweitig. Und viele davon nun mal leider auch über soziale Medien wie Facebook und Twitter und Co. Und da wird nun mal auch einfach viel Schwachsinn verbreitet. Ist diese Art und Erweise der Informationsbeschaffung der Leute komplett falsch oder gibt es da auch noch Sachen, wo man differenzieren sollte? Ja, also ich würde nicht formulieren, dass diese Informationsbeschaffung falsch ist. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der sich jeder aus den freizugänglichen Quellen informieren kann. Und das ist ja auch ein sehr hohes Gut. Ich denke aber, Sie haben in der Weise recht, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt für Leute, die eine bestimmte Haltung haben, Gleichgesinnte in den sozialen Medien zu finden. Und dann hält man sich oft nur noch in Kreisen auf, in denen die gleiche Meinung herrscht. Und man lässt sich nicht mehr irritieren durch andere Meinungen. Sind diese ganzen Probleme mit den Falschmeldungen gezielten alles quasi eine Folge der Digitalisierung? Oder war das vorher auch schon so ein großes Thema als noch analoge Medien wie Zeitungen, der platzierisch waren? Also Falschmeldungen gab es immer. Und Versuche über Falschmeldungen auch Interessen zu vertreten hat es auch schon vor der Digitalisierung gegeben. Aber mit der Digitalisierung haben sich die Dimensionen verändert. Deshalb kann man schon, glaube ich, sagen, dass die Effekte, die negativen Effekte, die damit verbunden sind, heute stärker sichtbar sind, als das in den Jahren vor der Digitalisierung der Fall war. Ich denke, durch Aufklärung, auch durch eine darauf ausgerichtete Medienberichterstattung, dadurch, dass man das immer wieder thematisiert, kann man schon viel tun, um diesem Gespenst der Fake News irgendwie um das einzuhegen. Und so die jüngeren Daten etwa, die zu Vertrauen in Medien vorliegen, geben auch eher Anlass zu Optimismus denn zu Pessimismus. Also es ist nicht so, dass das Vertrauen jetzt rasant in den Keller geht und wir uns zu große Sorgen machen sollten. Nachdem wir jetzt gelernt haben, was die modernen Fake News eigentlich sind und nachdem wir mit Bernd Blöbaum darüber geredet haben, was Fake News eigentlich in unserer Gesellschaft anrichten können und wie es in der Gesellschaft so angenommen wird und das Vertrauen zur Presse derzeit ist, beschäftigen wir uns jetzt nun ein bisschen mal mehr mit dem Thema, wie wir Fake News eigentlich genauer erkennen. Ich bin bei meiner Recherche auf diese Seite hier gestoßen über Facebook und habe dort einen Artikel gelesen und der kam mir schon von Anfang an nicht ganz koscher vor. Deswegen untersuchen wir jetzt mal gemeinsam, was die Seite hier ausmacht und woran man vielleicht erkennen kann, dass sie Fake News verbreiten. Zum einen können wir hier sehen, es ist massig Werbung auf der Seite vorhanden. Das ist schon mal ein Indikator dafür, dass hier vielleicht nicht unbedingt nur die Nachrichten im Vordergrund stehen. Zudem kann man, wenn man ganz unten auf die Webseite geht, sehen, dass die Webseite mit WordPress erstellt wurde. Des Weiteren können wir sehen, dass die meisten Artikel relativ schlecht gephotoshoppte Bilder haben. Zudem werden gerne Artikelüberschriften in Capslog, also in Großschrift geschrieben, was auch kein seriöser Nachrichtenbetreiber tun würde. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir uns einfach mal einen dieser Artikel genauer angucken. Dann nehmen wir beispielsweise mal den hier. Dieser hat 4200 Aufrufe, das ist für diese Seite im Verhältnis schon ziemlich viel. Was uns hier bei dem Artikel direkt auffällt, ist, dass er 33.900 mal geteilt wurde. In dem Artikel geht es um ein Mädchen aus Kentucky, was von einem illegalen Einwanderer entführt worden sein soll. Es wird hier in dem Artikel vor allem immer wieder mal die Tatsache hervorgehoben, dass es sich hier um illegale Einwanderer handelt. Und dass der Junge, der das Mädchen entführt hat, sie als Sexsklavin missbraucht haben soll. Zudem wird behauptet, dass auch das Mädchen eine illegale Einwandererin ist. Das alles ist wieder mal sehr reißerisch aufgetan und wirkt nicht unbedingt sehr seriös. Zudem fällt mir direkt auf, dass man hier beispielsweise von der Seite vorgeschlagenen Artikel bekommt, von denen man eigentlich vermuten würde, dass es sich um Artikel von der Webseite selbst handelt. Das ist allerdings nicht der Fall, denn man wird hier, wenn man draufklicken würde, auf andere Seiten verlinkt. Und zum anderen empfiehlt einem die Seite oder liegt es einem die Seite ans Herz, gleich dreimal das Ganze auf Facebook oder Twitter zu teilen bzw. zu kommentieren. Was wir beim Artikel aber auch beobachten können, dass beispielsweise viele Quellen benutzt wurden. Es wurde ein Twitter-Post von einem Reporter hinzugefügt, der Bilder aus der Nachbarschaft gepostet hat, wo das Mädchen gefunden wurde. Und es wurde ein YouTube-Video in die Website eingebettet von einem Fernsehsender, der anscheinend einen Beitrag über das Ganze gemacht hat. Und zudem sehen wir, dass hier unten die Seite Breitbart anscheinend zitiert wird. So, wir haben jetzt hier den Artikel von Breitbart. Und schon nach kurzem überfliegen fällt mir eigentlich auf, dass es genau derselbe Artikel ist, den wir zuvor hatten. Es ist wieder einmal die gleichen Bilder von dem Reporter auf Twitter. Zudem muss dazu erwähnt werden, dass Breitbart eine Seite ist, die bekanntermaßen ziemlich rechtsradikale Sachen veröffentlicht. Ich hatte hier auf dem Weg zu Professor Bernd Blöbaum erklärt, dass die Fake-News-Seiten in der Regel ihre Artikel nicht selbst schreiben. Und das möchte ich hier jetzt mal überprüfen, indem wir einfach mal einen Satz aus dem Artikel bei Google in die Suche hauen und gucken, was dabei rauskommt. Und wir sehen direkt, dass der Artikel mit dem exakt denselben Wortlaut auf verschiedenen Webseiten veröffentlicht wurde. Also was genau ist an der Geschichte eigentlich dran? Stimmt es wirklich genau so, wie die Seiten es schreiben? Hier haben wir ein Ergebnis über Suspect Arrested After Missing Kentucky Teen Found in Home. Hier sehen wir die Seite US News und sie scheinen im ersten Moment über dasselbe zu berichten. Und sie beziehen sich dabei auf die Quelle AP. Das ist quasi Associated Press. Das ist in Amerika eine Presseagentur. Es ist beispielsweise das amerikanische Äquivalent zu DPA. Hier sehen wir jetzt den Artikel der Associated Press und es fällt auf, dass hier lediglich gesagt wird, dass das Mädchen verschwunden sei und in einem Haus gefunden wurde. Es wird auf der Seite, also in dem Ursprungsartikel, nichts über einen illegalen Einwanderer gesagt. Weder, dass der Entführer ein illegaler Einwanderer gewesen wäre, noch das Mädchen eine illegale Einwandererin. Zudem wird auch nichts von einer Sexsklavin gesagt. Es wird lediglich am Ende noch mal behauptet, also nicht behauptet, es wird gesagt, dass der Kidnapper zur Freiheitsstrafe für Kidnapping und eben für sexuelle Belästigung verurteilt wurde. Abschließend können wir also sagen, dass der Artikel zwar einer wahren Geschichte zugrunde liegt, allerdings viele Fakten dazu erfunden wurden, um eine doch sehr rechte Meinung zu vertreten. Also halte ich mich in Zukunft wohl lieber von der Seite fern und versuche auch nicht mehr meine Nachrichten über Facebook zu beziehen. Ich werde mich wohl in Zukunft nur noch auf etablierte Medien verlassen und mehrere Quellen hinzuziehen. Soll es mir doch mal einfach spanisch vorkommen, gibt es Seiten wie beispielsweise Mimikama, Faktenfinder oder Politefekt, die man hinzuziehen kann, um Fakten zu überprüfen und Artikel auf ihre Richtigkeit zu prüfen. So, ich denke, wo wir jetzt eine ganze Sendung über das Thema Pressefreiheit geredet haben, nimmt sich dieser Pressevertreter jetzt mal die Freiheit und macht eine Pause. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Weitwinkel wieder. Bis dahin, tschüss, bis bald.